So, ähm, okay, also England hier oben wollen wir erledigen. Was noch? Ähm, hier unten sieht man das alles sehr kritisch aus. Ich gehe da jetzt einfach mal drauf zu. Ähm, hallo, das nächste Runde. Ähm, ja, genau, soviel dazu, dass Telekom zurzeit Probleme hat, ist was dran. So. Och man, was ist denn das ja, was ist denn das ja eigentlich für ein Barbanscheiß? Wo kommen die denn her? Die kommen doch alle von da oben, oder? Bergbau, haben wir jetzt. Ist das da irgendwo so ein blödes Nest? Jaja, hier haben wir das Nest, aber vielleicht sollten wir echt erstmal da drauf gehen. Na gut, erstmal die nächste Forschung. Astrologie, Ausbildung, ähm, Bronzeverarbeitung. Ausbildung, Kartografie, Mathematik, das Rad, Steigbügel und Steinmetzkunst. Ja, machen wir das Rad. Ja, machen wir das Rad, ja, machen wir das Rad, also. Da freue ich den Chat erst gar nicht, das ist ja, das ist ja. Hallo an fünf Zuschauer übrigens und schön, dass ihr dabei seid. Ähm, in der Stadt hier oben, was könnte man da machen? Ähm, ich sag mal, wir bleiben, ähm, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall, ähm, bei was kämpferischem, weil wir wollen die Barbaren da unten jetzt irgendwie erledigen. Deswegen, ähm, Krieger oder Bogenschützen, frage ich jetzt mal so, ist jetzt die einzige Wahl meiner Meinung nach. Krieger oder Bogenschützen? Hm, ich trinke mal ein Schluck. So, dann will ich mir. So, durchgucken. Warum können wir das ja nicht machen? Aber wir haben keine Pferde. Gut, Krieger wird gesagt, also machen wir Krieger. Hm. Hier unten haben wir eh keine Chance. Deswegen sage ich Rückzug ins Wasser. Wo die uns hoffentlich nicht hinterher kommen. Und die Handwerker hier... Warum können die Handwerker hier nichts bauen? Warum? Ähm, ähm, gehst du aufs Stream ist schon wieder weg. Okay, dann danke erstmal für die viel Spaß wünsche und, ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß. Noch was in Kombination, sie ist seltsam anhört, aber okay. Hongkong habe ich gefunden. Um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Also erstmal mit England sind wir jetzt wieder gut, ähm, auf gutem Fuß. Also wenn man so sagen kann. Ähm, Paris, also beziehungsweise Frankreich haben immer noch große Probleme. Aber dafür, ähm, mit Arabien wieder so mittelmäßig. Aber wir haben jetzt auch Hongkong entdeckt. Und das, denke ich, ist doch schon mal stark, oder? Da haben wir doch schon... Haben wir doch schon gut was geschafft. Okay. Ich hoffe, ich bin heute nicht so laut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich ständig übersteuere. Okay. Dann ist ja, dann ist ja gut. Krass. Perfekt. Perfekt. Politik ändern. So. Oh, wir können jetzt, ähm... Wir können jetzt... Können wir? Nee, können wir nicht. Aber wir haben jetzt... Können jetzt, ähm, diplomatisch werden. Aber wir haben noch keine Plätze dafür frei. Und wir könnten jetzt auch Joker-Politik nehmen. Aber auch dafür haben wir noch keinen Platz frei. Also, ähm, bleibt das noch ein bisschen ausgeschlossen. Aber, ähm, wir haben die Kärtchen jetzt halt. Und ich denke, das ist ja schon mal besser als nix. Und deswegen... Ich habe die Politik erst mal so gut gemacht. Und hier bauen wir einen Bauernhof. Warum können wir keine Wege machen? Oder sind Wege, jetzt brauchen wir keine Wege mehr und man nimmt dafür einfach... Straßen müsste man eigentlich bauen können. Oder muss man, muss man für Straßen bauen, muss man dafür, ähm... Muss man, um Straßen zu bauen, so ein extra, ähm, Dings haben? Das Wissen hat man dafür schon. Oder braucht man das Rad, um Straßen zu bauen? Möglich. Aber eigentlich nicht. Straßen bau ist, glaube ich, noch ein extra. Muss ich gleich mal gucken, das steht da ja mal in der Auswahl. Okay, ähm, Drama und Dichtung, Mystik oder Spiele und Erholung? Also Politik jetzt. Frank, was hältst du? Ähm, was soll man nehmen deiner Meinung nach? Ich hätte es natürlich auch wie immer gefragt. Ja, genau. So. Drama. Mhm. Gut, dann nehmen wir Drama. Ist in Ordnung für dich? Gut, dann haben wir das und Produktion wählen. Ja, wir brauchen, wir brauchen Krieger, keine Frage. Ist jetzt egal, wir bilden nochmal ganz normal Krieger aus. Ist ja keine Frage, wir müssen jetzt das Räuberlager, wo auch immer das ist, müssen wir platt machen. Neue Regierung verfügbar, sehr schön. Okay, ähm, klassische Republik, Autok- ähm, Autokratie und Olig- und Olig- und Olig- Olig- Oligarchie, Oligarchie oder so. Entschuldigung, kann ich nicht deuten, was da steht. Ich würde nehmen, also was würdet ihr nehmen? Im Chat. Und was würdest du nehmen, Frank? Beträge, Hauptstadt. Beträge. Pass mal auf, bevor ich weiter, ähm, bevor ich ausreden lasse. Was hältst du von Olig- Oligarchie, weil da können wir erstmal alle Karten einmal besetzen. Genau, Chat sagt es auch. Und, ähm, bekriegen da plus 4 Kampfstärke. Ja. Gut, dann nehmen wir das. So, dann können wir erstmal hier uns einen Joker einsetzen. Ach ne, beim Joker kann man ja alles einsetzen. Aber wir setzen jetzt das hier ein. Die ist grad die ganze Zeit so zum Kratzen irgendwie. Ähm, Frank. Hm? Ich versuch's mal zu ändern. Ah, ne, immer noch nicht. Besser. Immer noch nicht? Ähm. Jetzt ist weg. Ich weiß noch nicht, ähm. Ja, nehmen wir das. So, wir haben Politik eine neue gewählt. Also, die hab ich jetzt mal allein gewählt. Ähm. Mal schnell. Hat jetzt keine Lust, das alles vorzulesen. So. Wir haben auch noch Bogenschützen. Und die... Warum kommen die denn jetzt nicht schnell nach hier? Warum dauert das denn jetzt Jahre? Ah, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar hier oben um Hongkong. Ähm. Wird's jetzt eisig. Ob wir da durchkommen, ist jetzt halt die Frage. So, nächste Runde. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Arabien, ähm, das Vereinigte Königreich vernichten möchte. Sieht für mich irgendwie so aus. Die Handwerker hier, die gehen jetzt mal nach hier. Also weichen ein bisschen aus. Und der Speer geht nach hier. Die machen die ja mal schnell kalt. So. Der. Na gut, hier oben kommen wir jetzt nicht weiter. Da ist halt alles zu mit Eis. Ist jetzt kacke natürlich. Ähm. Denke, ab dem nächsten Stream werde ich dir mehr helfen können. Das wär super. Ähm, so. Ähm. Ähm. Was soll denn das jetzt? Hä? Also Frankreich hat gerade angesagt, Freunde zu spielen hat Spaß gemacht, nicht wahr? Doch nun ist es Zeit, die Masken fallen zu lassen und nötige Schritte zu unternehmen. Erklärung eines formellen Kriegs gegen euch. Passt mal auf, wir hatten die ganze Zeit vor... Was? Scheiße, scheiße. Nein. Nein. So, passt erst mal auf. Also, Frankreich, eigentlich hatten wir die Idee, die Platz zu machen. Ja? Hatte jetzt schon mal überhaupt nicht funktioniert. So, und jetzt kommt Arabien. Es ist eine Schande, dass wir Gewalt einsetzen müssen. Es ziemt sich nicht, andere von Königin zu töten. Ist mir jetzt auch egal. Erklärt einen formellen Krieg gegen euch. Das heißt, wir haben jetzt von Frankreich und von Arabien, also von zwei Seiten, den Krieg zu laufen. Na super. Was soll denn das? So. Einmal aufs Land auswärtschen. Ah, hier ist das Lager. Einheit benötigt Befehl. Dann gehen wir damit mal nach hier. Und ich hoffe, das war in der nächsten Runde, die da erstmal da unten kalt machen können. Vielleicht können wir ja noch irgendwie rumsegeln oder so. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Hier oben. So, und jetzt wird's kritisch. Weil jetzt dürften die Franzosen, ja die Franzosen stehen praktisch schon drin. Unsere Gärten werden gerade so ziemlich kalt gemacht. Und von hier oben kommt jetzt noch ein Speer, der wird zwar nichts ausrichten können, aber ist jetzt trotzdem nicht so geil. Unsere Handwerker werden wahrscheinlich auch gleich wieder kalt gemacht. So. So, die haben wir jetzt halt zur Hälfte kalt gemacht. Das haben wir hier oben anscheinend. Okay, Beförderung verfügbar erstmal. So, Bogenschützen haben jetzt eine Beförderung. Und damit haben wir sie kalt. Perfekt. Ach, die dürfen gar nichts mehr machen. Wir haben die ja befördert. Scheiße. Okay, nächste Runde. Was anderes können wir nicht machen. So. Das Rad ist in zwei Runden fertig. Frankreich, ich hab keine Ahnung, was die oben machen. Die rennen immer ein paar Mal im Kreis sind zu weg. Wann sind wir dran? Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die Gunst eines Stadtstaats zu gewinnen. Sich mit einem benachbarten Stadtstaat anzufreunden, kann unserer Zivilisation große Vorteile bringen. Okay, also wir haben jetzt einen Gesandten erstmal. Das ist ja jetzt sehr schön. Wir unten haben auch Krieger, ja. Hm. Wir kriegen den aber wirklich nicht flatt. Wir haben echt ein Problem. Okay. Ähm, okay, denn, ähm, was brauchen wir? Wir brauchen ganz eindeutig Bogenschützen mach ich jetzt nochmal. Ich denke, irgendwie sowas in der Richtung werden wir schon brauchen. Gut, dann renne ich hier mal ein bisschen weg. Was habe ich hier noch? Krieger, genau. Ähm, Gesandten schicken erstmal. Nach Hongkong und Kartago. Ich könnte mich jetzt natürlich mit Hongkong anfreunden. Weil gegen Kartago habe ich angeblich Krieg. Frank, wie siehst du das? Hm. Wenn ich mich jetzt mit Hongkong anfreunde, die sind ja über Paris und so. Vielleicht helfen die da ein bisschen. Also, ähm. Jude? Ich weiß nicht, ob die mit denen in den Krieg gehen. Ja, aber, aber Kartago, mit denen habe ich halt Krieg. Hm. Hallo, es ist Hongkong. Ich nehme Hongkong. Und verstehe nicht, was ich jetzt machen muss. Achso, Krieg erklären. Ach nee, warte dann. Frieden schließen. Hier, kann ich... Nee, warum kann ich nicht Frieden schließen? Escape, denn lassen wir es. Wenn ich nichts machen kann. Hm. So, die Speer hier. Zack. Was jetzt noch? Hier die. Gut, dann sind die erstmal platt. Muss ich nur das Lager weghauen. Warum kriege ich das Lager nicht? Warum kriege ich das nicht? Ähm. Einheit benötigt Befehle. Nee, bleibt doch da. So. Befördern. So. Und die hier unten brauchen wir noch Befehle. Dann sollen die doch bitte übers Wasser abhauen. Aber noch Befehle, die hier oben. War ja klar. In die Richtung kommen die nicht mehr. Hm. Oder? Nee, ich lasse die erstmal hier. Und mach nächste Runde. Leute, schreibt mal im Chat, wie wir taktisch jetzt vorgehen sollen. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ja gut, wir haben jetzt das Rad erfunden. Schon mal sehr schön. Jetzt können wir eine Neuforschung machen, so. Ähm. Rambock können wir machen. Pyramiden hier mit. Und Stadtmauern. Ähm. Ich weiß echt nicht, was wir nehmen müssen, damit wir einen Wege bauen können. Ist echt zeitsam. Bautrupps gibt's nicht, ne? Es gibt keine Bautrupps, ne. Wir machen aber jetzt, denke ich... Nur Handwerk. Ja. Warte, ich, ich google das mal schnell. Okay. Civilization. Keine Ahnung. So, was sagt der Chat, ähm, wir machen jetzt einfach mal Astrologie, so. Irgendwas muss man ja machen. Und dann können die hier jetzt noch... Es gibt Händler, Handwerker, Siedler. Ähm. Schwere Streitwagen können wir jetzt noch machen. Aber hier erstmal, warte mal. Handwerk. Was können die machen? Ähm. Kann Geländefeldverbesserungen erschaffen oder Eigenschaften wie Wald oder Regenwald entfernen? Ähm. Handwerker können dreimal eingesetzt werden. Diese Zahl kann durch Politik oder Wunder wie Pyramiden erhöht werden. Vielleicht ist es wirklich, dass, ähm, dass man gar keine Wege mehr bauen kann. Dass man gar keine Straßen mehr bauen kann. Genau, dass man das halt jetzt auf anderen Wegen erledigt. Vielleicht kann Steinbruch machen, ne Miene, ne Bauernhof. Ähm. Fischerboote, Jäger, ähm, Ding. Ähm, Stufenbrunnen, Weide und Plantage. Krieg die Straße mehr. Das sind die Arschlöcher, die haben unten ja alles platt gemacht.